Ich habe ja vorhin davon geredet, über die Vorbereitungsphase für diesen Film, über die Metamorphose, der ich mich selbst unterzogen habe, um diese Rolle wirklich ausfüllen zu können. Und dazu gehörte eben auch eine äußerliche Umgestaltung. Es gibt zum Beispiel Christian Bale, der für eine Rolle 30 Kilo abgenommen hat. Und so habe ich eben sozusagen mein Äußeres verwandelt, um dieser Rolle wirklich gerecht werden zu können.